Mein Name ist Klaus Eberle. Ich bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 55 Jahre, verheiratet und Vater eines zehnjährigen Sohnes. Seit nunmehr 30 Jahren arbeite ich im Bereich der Pflege mit Schwerpunkt Alten- und häusliche Pflege. Die Unterstützung und Wertschätzung pflegender Angehöriger ist mir ein wichtiges Anliegen. Aber auch die Förderung der Mitarbeiter im stationären Bereich. Dafür werde ich meine Stimme mit aller Kraft und Erfahrung im Gemeinderat erheben. Zu meinem beruflichen Ausgleich arbeite ich schon viele Jahrzehnte in verschiedenen Kulturbereichen der Marktgemeinde Reuthe. Dort gilt es, Schönes zu bewahren, Neues zu forcieren und Verknüpfungen zwischen den einzelnen Kulturträgern zu bauen. Mir ist die Zukunft von Reuthe wichtig, darum arbeite ich mit dem Team Shimana. Wir halten Reuthe hoch. Bürgermeister und Gemeinderatswahl am 27. Februar. Ich bitte Sie um Ihre Stimme für mich und mein Team. Ihr Klaus Shimana